Wir sind Projekt Megafon und wir präsentieren euch heute Megafon 95, Folge 37, Spieltag 31 gegen Ingolstadt. Behandelt euch willkommen, liebes Megafon 95, Fortuna Düsseldorf, Universum. Ich, der Mo und der Micha begrüßen euch zu der neuen Folge unseres Megafon 95 Fußball Talks. Guten Tag. Zu Beginn ist dem Micha ein YouTube-Kommentar ans Herz gewachsen, so ein bisschen über die Woche. Ja, weil wir überlegen immer, ob wir wie sehr oder ob wir auf die Taktik von Fortuna eingehen sollten oder besser nicht. Und dann hat uns SunPolitikon einen Kommentar abgegeben auf YouTube. Gerne ab und an ein bisschen Taktik. Gerade Zuhörer, welche einfach nur Fans sind und selber keine großartige Fußballhistorie hinter sich haben, fehlt vielleicht ab und an das taktische Verständnis. Da könntet ihr wunderbar etwas Abhilfe schaffen. Das heißt für uns, in Zukunft mehr Taktik, jein. Wenn es passt, werden wir es anschneiden, aber wir werden nicht jeden Tag oder in jeder Folge die Taktik komplett auseinandernehmen. Nein, das werden wir nicht tun. Vor allem bei Frieden und Funke uns wahrscheinlich auch in der nächsten Saison nicht die Freude tun wird, da großartige Kunststücke zu präsentieren, dass wir da wirklich ins Detail jede Woche kleine neue Kniffenlichkeiten, die auf den Gegner abgestimmt waren, ansprechen können. Aber wenn mir mal was auf dem Herzen liegt, werde ich jetzt in Zukunft auch mal die Taktik anhauen. Natürlich sprechen wir auch am Ende der Folge gegen Dynamo Dresden, also unseren nächsten Gegner. Bevor wir jetzt in das Spiel reingehen, Micha, gegen Ingolstadt, was ein überragendes Spiel war, unser Fortuna. Die Gründe werden wir dazu gleich aufklären. Aber Micha, Wolf verlängert bis 2021. Wir haben letzte Woche noch spekuliert, bleibt er oder bleibt er nicht? Dir war es egal, jetzt hat er unterschrieben bis 2021. Ich finde es gut, sollen wir nächstes Jahr in der Bundesliga einen guten Backup, falls Michael Rensing sich nochmal verletzen sollte. Ja, um ehrlich zu sein, mich hat es überrascht, dass er jetzt doch verlängert hat. Ja, jetzt ist die Frage, was dann aus Rensing bzw. was dann aus Wiesner wird. Der wird wahrscheinlich wieder regelmäßig Zwoche spielen und mit der Ersten trainieren, wenn er dann wieder gesund ist. Also ich glaube mal so, er wird nicht mehr lange im Verein bleiben, weil er ist auf jeden Fall besser als Regionalliga, meiner Meinung nach. Ja, dann würde das zutreffen, was Jens und zwar in den Wochen im Sonderspecial-Bonus-Podcast zu Zwoten gesagt hat. Also wenn ihr Interesse an der Zwoten habt, hört da auch gerne mal rein. Jetzt werden in den nächsten drei Spielen zwei Leute ausfallen. Einmal Fink, wie er nicht die Saison beendet. Und auch für Hoffmann mit seinem Hodenriss, da ist auch scheinbar vorbei. Er wird nicht mehr rechtzeitig fit, also sagt man jurierlich aus. Ja, bei ihm ist das Problem, dass er, das was ich gelesen habe, war, dass er halt die Narbe, durch das Durchlaufen wird die Narbe zu sehr beansprucht und deswegen, so an sich könnte er, aber weil die Narbe dann halt, und Fink hat halt seine Adduktorenprobleme. Aber das Spiel gegen Ingolstadt hat ja eigentlich gezeigt, eigentlich sollte das auch jetzt ohne ohne die beiden gut zu Ende gehen die Saison. Die vergangene Woche hatte sonst in der Fortuna-Welt nicht wirklich viel, was es Neues gab. Weil ansonsten war ja immer irgendwelches Gelaber. Klar, da gab es diese Woche auch dieses fast schon Battle nach, ja, kommt ins Stadion, aber das ist ja dann auch wieder ein anderes Thema. Ja, das ist ja auch schon seit der Rückrunde immer so, dass dann gemeckert wird, dass da, ja, dass die Leute mehr ins Stadion kommen sollen. Und gegen Ingolstadt war auch das, was man als Euphorie bezeichnen könnte, weil auch mal wieder richtig, richtig geile Stimmung im Stadion war, dass auch mal nicht nur bei einem Lied oder, oder so, sondern dass auch immer mal wieder die anderen Ränge mitgesungen haben und da merkst du halt, die Leute haben Bock. So, und das war auch schon vorm Anpfiff, vorm Spiel, haben die Ultras schon angefangen, Stimmung zu machen und das war halt eigentlich ein perfektes Fußballwetter. Also, einerseits perfektes Fußballspielwetter, perfektes Fußballguckwetter, perfekte Stimmung im Stadion. Also, das war eigentlich ein Fortuna-Spiel, wo ich im Stadion war, das so gut wie lang nicht mehr war, mit allem Drum und Dran. Die Aufstellung war wie immer ein 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3. Ja, das ist so ein bisschen Friedhelm Funkels Einheitsbrei-Aufstellung. Ja, aber diesmal hat man es wirklich auf dem Spielfeld auch gesehen, dass es ein 4-1-4-1 war, weil Bocek wirklich der war, der sich, das was ich dir mal privat gesagt habe, dass der Bocek sich teilweise in die Viererkette hat fallen gelassen, um daraus eine Dreier- beziehungsweise eine Fünferkette zu machen. Ja, das ist ja dieses Not-Nur-Mit-Meyer-Ding eigentlich, also dass Bocek sich so tief fallen lässt. Ist ja auch egal. Eihann kam für Rahman. Bocek war... War denn ein Verteidiger? Nein, Bocek ist vorgezogen, weil Eihann halt für Rahman kam und dafür ist dann Neuhaus aus der 6 vorgezogen auf die 10, sag ich mal. Bocek also ins Defensiv-Mittelfeld, Eihann in die Innenverteidigung. Also so wie es eigentlich normalerweise ist, wenn Bocek nicht in der Innenverteidigung spielt. Aber ich muss sagen, im Defensiv-Mittelfeld gefällt mir Bocek eigentlich ganz gut, nur halt in der Innenverteidigung... Der ist halt sehr körperlich, kann die Passwege gut zustellen, hat halt robust, aber der hat halt nicht den feinen Fuß, um da den krankesten Pass ever zu spielen. Außer es sind wirklich 30 Meter Pässe, die kann er, das hat er gezeigt. Wo ich auch nicht weiß, woher er das hat. Das konnte der schon immer, aber das konnte der in Duisburg damals schon. Wollen wir nicht über die Vergangenheit sprechen, sprechen wir über die Fortuna. Clever ausgeführter Freistoß von Nico Gieselmann auf Faraguchi, der wird geschickt dabei und der legt den Ball schön in die Mitte auf Hennings, der den irgendwie, ich will nicht sagen rein stolpert, aber das sah schon ziemlich kurios aus. Ich hoffe, er hat sich der Ball nicht verletzt, als der Ball ins Tor ging. Ja, das war eigentlich super gemacht und das war mal wieder so, der erste Torschuss war direkt drin und dann hat man gemerkt, die Mannschaft hatte auf einmal wieder Selbstvertrauen und hat auf einmal, wisst ihr, auf jeden Fall komplett anders aufgetreten als die letzten Spiele, wo man gefühlt immer ein unnötiges Gegentor kassiert hat, obwohl man die bessere Mannschaft war und dann dem Rückstand hinterherlaufen musste und es nicht mehr geschafft hat, dann das Ergebnis zu drehen. Da können wir gleich im Fazit noch zu kommen, bevor wir zum Fazit kommen, sprechen wir mal kurz noch über das Spiel. 39. 2. Fortuna, Eku, Sami, Kopfball Gieselmann, der setzt sich da gut durch und macht dann praktisch ein ähnliches Tor, wie er letzte Woche nicht verteidigen konnte. Passiert halt manchmal. Nach der Halbzeit hat Haraguchi, der setzt sich mit einem guten Pass durch in den Strafraum, ist aber allein vor dem Tor und der Schuss ist dann zu umplatziert. Minuten später, Bozek läuft für den Ingolstädter Tor, um den Konrad zu unterbinden. Hier nicht die feine Art, aber Micha, es gab es ja jetzt Geld für Bozek, aber manchmal musst du halt auch robust sein, um eine Führung zu verteidigen, oder? Ja, das war genau so eine Aktion, dass, Nieland heißt der Tor, glaube ich, von Ingolstadt, der hatte den Ball und sieht dann, dass rechts auf dem Flügel ein Ingolstädter komplett alleine ist, Bozek sieht das auch und denkt sich dann so, ja ne, den lauf jetzt einfach um, damit der den Ball nicht spielen kann. Ist zwar ein bisschen asozial und nicht die feine Art, aber in dem Moment, wenn der Pass oder wenn der Abschlag vom Torwart angekommen wäre, der Ingolstädter wäre er komplett durch gewesen, deswegen genau richtig gemacht und da habe ich mich gefreut, dass er eigentlich in dem Moment so ein Asi war. 65. Dan, Fortuna, er macht den Sack zu, danach hatte Ingolstadt nicht mehr wirklich die größten Börker ever. Nach einer Ecke, wo Sami köpft, gießt er mal den Ball an den Innenpfosten und Borgmuth sieht dann den Ball und macht ihn so mit der Hacke rein. Der schippt dann, glaube ich, vorher noch an, wenn er den Ball trifft. Das hat mich so ein bisschen an mich erinnert. Hauptsache den Ball anstopfen und dann gucken, dass er Richtung Tor geht. War von Borgmuth auch ein sehr gutes Spiel, also in der Verteidigung. In den letzten Spielen wirkte er halt sehr unsicher. Liegt es an der Spielpraxis, die er jetzt sammeln konnte, die letzten Spiele, oder ist es einfach eine Qualität, die er hat? Ich weiß auch nicht, woran es lag, weil die letzten Spiele von ihm waren so, ja, und jetzt das Spiel war wieder komplett überragend, so wie ich ihn eigentlich immer in den Himmel lobe, wo sich Leute wahrscheinlich auch denken, warum schwärmt der mich ja immer von dem. Aber er hat in dem Spiel mal wieder gezeigt, warum ich ihn eigentlich immer so lobe, weil das war genau das, dass er hinten gefühlt alles geklärt hat und dann vorne halt auch noch sein Tor gemacht hat. Es lag vielleicht aber auch so ein bisschen im Spiel von Ingolstadt. Die letzten drei Spiele waren halt auch gegen Spieler, die sehr defensiv waren. Ingolstadt spielte halt recht ausgeglichen, recht offensiv, wollten viel den Ball haben, wollten viel mit Tempo in die Zweikämpfe gehen, um dann ihre Stürmer in der Box zu suchen, mit hohen Bällen, mit mittelhohen Bällen. Und da ist halt so ein Borgmuth, der gefühlt zehn Meter hoch ist und jeden Ball wegkloppt. Ist halt da genau der richtige Mann. Ja, dann 77. Gieselmann hämmer den Ball von außen in Vollspann in den 16er. Dabei bringt ihm fast ein Tor tatsächlich. Aus unmöglichen Winkel, doch Nürnland, der kann den Ball noch gerade halten. Dann 79 ist er recht spät, wechselt Funkel, aber bei 3-0 kann man das machen. Rahman kommt für Usami, Nielsen kommt für Neuhaus. Ja, was mich an dem Wechsel überrascht hat, war, dass Hennings zwei Minuten vorher angezeigt hat zum Trainer so, ich kann nicht mehr, ich will ausgewechselt werden. Und dann siehst du, dass auf einmal Nielsen angelaufen kommt, um eingewechselt zu werden. Und dann kommt die Anzeigetafel hoch und ich so, ja, Hennings kommt raus. Auf einmal kommt Neuhaus raus und ich war komplett überrascht, weil Hennings halt wirklich angezeigt hat, okay, ich möchte raus. Und das Gleiche war es dann auch schon, als dann wieder ein Wechsel anstand. Da dachte ich mir, okay, diesmal kommt aber wirklich Hennings raus. Ja, dann vier Minuten später. Da hatte Gießelmann mit Krämpfen Probleme und deswegen kam dann halt Zimmer für Gießelmann. Und Hennings, der sichtbar, platt war und offensichtlich Probleme mit dem Oberschenkel hatte, weil der sich immer wieder an den Oberschenkel gegriffen hat und halt irgendwie mehr oder weniger über den Platz getorkelt ist, der musste dann leider durchspielen, weil, weiß ich nicht warum. Stimmt, heute gibt es aber für beide keine Verletzungsinfos, also alles tutti frutti. Wir nehmen am Montag auf, das heißt Dienstag wird der Podcast erscheinen, wenn ihr das hört. Micha, was war gut, was war schlecht, was haben sie überrascht? Ich möchte kurz, bevor du anfängst, hier Fortuna in den Himmel zu loben, mal so ein bisschen das ansprechen, was ich halt irgendwie negativ sehe. Fortuna hat super gespielt, das war eines der besten Spieler der Saison. Man gewinnt, verdient 3-0. Ingolstadt spielt halt ausgeglichen bis offensiv. Die haben halt hinten nicht gemauert, so wie andere Mannschaften und haben sich halt dadurch, dass Fortuna auch eine Mannschaft auf dem gleichen Niveau ist, mit Technik, spielerischer Qualität und dann halt auch beide nicht so gerade die körperlichsten Mannschaften sind. Okay, Bozek ist da vielleicht eine Ausnahme. Halt zum Spiel gefunden durch Technik. Man hat am Anfang Glück gehabt, dass der erste Schuss mehr oder weniger direkt reinging. Aber Ingolstadt hatte auch keine spielerischen Mittel dagegen, gegen Fortuna. In diesem Fall gegen diese hohe Einzelqualität, die wir tatsächlich haben, mit Usami, mit Hennings, mit Neuhaus und in der Defensive auch. So, dass das für mich eigentlich eher was Negatives ist, weil wir jene Mannschaften, die sich hinten reinstellen, scheinbar keine Alternativen haben, keine Möglichkeiten haben, keine Taktik haben, keine Variabilität haben, da Punkte zu holen. Deswegen sich jetzt bei unseren nächsten beiden Gegnern, um schon mal ein bisschen, da würde ich jetzt schon ein bisschen vorgreifen und sagen, dass wir da die Stärke nicht haben und vielleicht in Dresden sogar verlieren. Aber bevor wir über Dresden sprechen, Micha, was ist dein Fazit zum Spiel? Ja, mein Fazit ist, das einzig Negative an dem Spiel war eigentlich die Chancenverwertung von Fortuna, weil Fortuna hätte auch gut und gerne 5-6-0 gewinnen können. Deswegen ist ein 3-0 auch in der Höhe komplett verdient und deswegen war es mal wieder eine Vorstellung, wie man es noch von der Hinrunde kennt, dass Fortuna einfach komplett souverän und überragend ein Spiel runtergespielt hat und man eigentlich zu keinem Zeitpunkt, oder beziehungsweise nach dem 1-0 hatte man zu keinem Zeitpunkt Sorge, dass Fortuna das Spiel aus der Hand gibt, sondern gegen Ende hin als Ingolstadt dann auch noch ein bisschen, weiß nicht, ob bei denen dann die Kraft gefehlt hat, auf jeden Fall gegen Ende hin war es dann wirklich nur noch so, dass man sich dachte, oh eigentlich traue ich, dass Fortuna die ganzen Torschauens nicht genutzt hat. Siehst du denn, das ist ähnlich wie ich, dass Fortuna dieses Spiel halt so gut beschreiten kann, weil Ingolstadt auch mit dem Ball spielen will, oder hat das damit nichts zu tun, deiner Meinung nach? Nein, ich glaube einfach nur, dass, wie gesagt, der erste Schuss war drin und das ist dann, okay, und dann merkst du, okay, heute läuft's. Und nicht so wie ihn jetzt in ein paar letzten Spielen, als man dann irgendwie, als dass man dann irgendwie den Pfosten nur getroffen hat und dann macht der Gegner ein glückliches Tor, sondern so, du machst mit dem ersten Chance ein Tor und hast dann auf einmal so wieder dieses Selbstbewusstsein und dann auch mit den Fans im Rücken und wenn die so wie gegen Ingolstadt die letzten drei Spiele angehen, da würde ich sogar sagen, dann holen die neun Punkte. Aber wenn die die Spiele halt so angehen, wie davor die Spiele, dann können da auch null Punkte am Ende rauskommen. Du brauchst aber meiner Meinung nach auch den mitspielenden Gegner für. Wenn die Gegner sich wieder mauern, dann sieht's Fortuna wieder schlecht aus, weil da haben wir scheinbar keine Kreativität, keine Möglichkeiten da anzugehen. Bevor wir zu Dresden kommen, lasst gerne Feedback da bei YouTube in den Kommentaren. Ihr könnt das auch gerne, wenn ihr es über den Podcatcher hört, eine E-Mail schreiben an einem Projektmaker von podcast.gmail.com. Jetzt sind wir schon bei Dresden und ja, die sind Tabellenplatz 11, die haben genau 40 Punkte, aber ob das reicht, weiß man nicht. Deswegen bin ich auch irgendwie so ein bisschen negativ eingestellt, weil ich nicht glaube, dass die uns mit dem besten Angriffsfußball versuchen werden, niederzuspielen, um diese 43 Punkte zu erreichen, die dann rechnerisch fast unantastbar sind, sondern ich denke eher auch, dass die wieder körperlich robust spielen werden und auch mauern. Ich glaube, dass es für uns ein hartes Spiel wird in Dresden und wir dann mit einem Punkt rausgehen, wir dann super zufrieden sein können. Und dann müssen wir gucken, dass wir gegen Nürnberg gewinnen, weil die werden am spielerischsten gegen uns agieren wollen. Also auch mit viel Ballbesitz wird Nürnberg versuchen. Das, denke ich, wird Kiel, aber auch Dresden nicht tun. Ja, ich habe die Hoffnung, dass mit 40 Punkten nur noch halb im Abstiegskampf sind, zumindest was man von der Theorie sagt, weil mit 40 Punkten sagt man ja, stört man nicht ab. Aber diese Saison wird es halt knifflig, die sind Elfter. Und ja, meine Hoffnung ist, dass wir gegen Dresden gewinnen. Und dann könnte man theoretisch, glaube ich, sogar schon durch sein. Und dann könnte man auf die letzten beiden Spiele, sage ich mal, scheißen. Und theoretisch könnte man auch, wenn man gegen Kiel einen Unentschieden holt, könnte man die anderen Spiele auch verlieren. Das könnte theoretisch auch reichen. Aber wie du gesagt hast, ich glaube auch, das wird nur ein kämpftes Spiel. Und ich glaube, Fortuna gewinnt am Ende 2-0. Das war es dann für heute. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Falls ihr Themenvorschläge habt, besucht uns gerne mal auf Facebook. Dort haben wir einen Mega von 95 Thread erstellt. Könnt ihr auch gerne Themenvorschläge, Kommentare und Meinungen reinknallen. Wäre super, wenn ihr uns da folgt. Wenn ihr uns liked, rezensiert oder auf Facebook, Twitter folgt, hilft uns das sehr. Und wir können dann auch mehr Content produzieren, der euch gefällt. Könnt ihr auch gerne mal Vorschläge dazu lassen, worüber wir mal sprechen sollen. Demnächst kündige ich jetzt schon mal an. Kommt auch von Projektmikafon Around the Football die Folge 5 demnächst über die WM 2018 raus. Also schaltet dann auch ein, wenn wir die hochladen. Denkt daran, schön die Glocke aktivieren, um nichts mehr von uns zu verpassen. Michael, danke, dass du heute mit dabei warst. Bitteschön. Und dann würde ich sagen, euch noch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.